und damit hey ho und herzlich willkommen zurück bei schlag den hof nahen nein natürlich nicht nämlich bei overlord dem verlord der overlords kennt ihr ja nämlich meine wenigkeit was gesagt in seinem netten dunklen turm der schon wieder ordentlich ganz schön ordentlich aussieht ja aber wir wollen uns nicht lange hier aufhalten denn wir müssen natürlich hier zur himmlischen freude zu den himmlischen freunden aber wir servieren noch immer kalte getränke unser bier bringt euch himmlische freuden und auch sonst werdet ihr hier sicher etwas finden das euch gefällt das hoffe ich natürlich eine schöne nette kleine ihr mich auch wenn ich ganz ehrlich mich auch so haben wir schon mal das was wir natürlich am meisten brauchen soldaten so glaub hier irgendwo bekam ich auch noch rote wenn ich mich richtend sind singen los macht auf macht die nette tür auf grüß gott kameraden ach ja 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 jo vielen dank spielverderber 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 kümmern euch um die netten spielverderber ich sag noch einmal spielverderber und ich spielverderber auf sie auf sie jetzt sind die anderen zwar auch aggro aber das interessiert mich nicht auf sie auf sie tötet sie alle tötet sie alle das heißt ihr sie sollen euch töten hier hört sie scheiße das heißt natürlich jetzt habe ich einen verloren muss ich natürlich gleich zurück rennen um einmal einen neuen zu holen oder ich mache es ganz einfach ich mache mal voll beziehungsweise nee zwei drei vier so ich nehme mal nur 20 mit vielleicht kriege ich dann doch noch irgendwo rote dann kann ich wenigstens fünf rote noch mitnehmen so obwohl stopp 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 bevor ihr das macht macht erstmal hier die ganzen körper und so naja geht doch los zerstört klopft man klopft klopf böses schäfchen genau böses schäfchen doch schäfchen gut so wird kaputt gaud das böse böses schäfchen mal her zerstören tötet ihn tötet ihn dreht mal im rad nach können nur vier ok dann kommt ja gut so kommt blendert blendert für euren overlord jemand ein paar masken sie haben anscheinend alle schon die masken auf finde ich ganz nett eine armee aus masken tragenden etwasen so niemand darf ihre majestät stören wenn sie bei fürst ferdinand ist diese lache sie hat ihm nicht gereicht verbrennt ja doof gelaufen meine freunde da kommt schon die verstärkung kümmert euch mal um die verstärkung meine freunde kümmert euch mal drum da kommt immer mehr verstärkung ich würde sagen dann gehen wir doch mal da lang und töten sie mal ein bisschen ja schön da haben wir schon mal wie geplant die roten ach die spawn immer neu das ist ja gut zu wissen und ich glaube das ist wenn mich richtig erinnert genau so komme ich wieder zurück zu der taverne aber da will ich auch erst nachher hin ich muss ja erst mal wieder zack 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 z zack auf sie auf sie mit gebrüll so alle zu mehr und bonjour da ist die nervige succubus königin da ist los ne 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 auf sie schön 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 töten schön töten immer schön töten los auf sie du lässt schön mein freund da in ruhe na komm und viel spaß beim sterben so ja dieses mädchen das ferdinand heiraten wollte also sie ist meine schwester vanessa wir reden nicht außer wenn sie mal wieder in irgendwelchen schwierigkeiten steckt so wie es aussieht steckt sie bis zum hals im schlamassel los tragt hier wird alle so kommt mit bonga bonga und so ich brauche etwas stärkes das ist ja aber sag schon es ist so ja natürlich suche ich ja gar nicht so immer so damit ich brauche etwas stärkes ja freudig freudig es ist eigentlich kein ort für einen paladin aber ferdinand ist häufig hier freudig so dann verlassen wir mal an die nette dinks also die succubus dinks ist anscheinend jetzt besiegt das heißt eigentlich müsste doch jetzt die mich nicht recht wenn es mich recht wenn ich richtig informiert bin doch eigentlich die solche vorbei sein das heißt rein theoretisch müsste ich jetzt den grund dafür wissen dann kommen wir nach hier komme ich aber auch lang deswegen schaue ich mal wo ich hier lang kann das sieht mir nämlich nach einem richtigem weg aus das hier scheint es führt nur nach da drüben durch äh zu diesem komischen hallo was haben wir denn da also auf jeden fall haben wir hier schon mal ein paar portale da ist eine brücken dinks ja ich lass die jetzt extra mal alle hin ich mag keine pizza wow ach da drüben ist noch dinks angriff 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 so so da sind schon wieder diese dodo viecher tink na komm mal her na komm mal her op-sa-la op-sa-la das war wohl nicht deren plan oder das ist wow da drüben kommt schon wieder zom tötet mal hier die ganzen pflanzen zerstört sie okay was haben wir 20 braune brauchen wir ja eigentlich auch nicht alle wir nehmen da lieber so jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein roten so und dann haben wir alle wieder ich könnte ja auch angreifen aber stören mich ja gerade nicht greifen mich ja nicht an aus der entfernung so los angriff auf sie auf die auf die auf die kommt man greift die komischen zombie heinies an so hierher also rote braune rote nein so 1 2 3 natürlich mag ich objekte wollen also doch da lang die frage wo sie lang wollen ich hoffe man nicht über den ja doch ok gut hätte ja sein können dass sie doch irgendwie da über den links ist sieht mir nach mehr mana aus nebenbei so blau leuchtend ist ja meistens das für mehr mann mehr leben wärme lieber aber wenn man nämlich auch natürlich objekte nehmen wir ja allgemein gerne rotor aber ja witzig ist ja witzig hohohoho los 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 tötet die vorher immer die braun los tötet tötet sie tötet sie kommt ihr dahinten gut sie wollen da hoch nie doch nicht na wo wollt ihr jetzt sind sagen machen die denn jetzt da sie gehen da lang ich hoffe dies sind gute bürger es gibt keine neuen infektionen mehr welch ein glück ja schön das ist wirklich schön die seuche ist noch nicht vorbei aber sie lässt nach wir können die flüchtlinge bald in die stadt zurückholen ja können wir auch bald die sukobus dings ist ja getötet ja hörst du richtig absetzen und damit war es das für heute auch ich hoffe sagt doch dass ich fett werde nein damit war es das für heute auch wieder mit overlord ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch morgen wieder ein wenn es denn weitergeht mit overlord und wir dementsprechend weiter vordringen um himmelsspitze zu befreien tschüss tschau 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 Vielen Dank.